Die Erstürmung der Penemünder Schanze war ein Gefecht des Pommern-Feldzugs von 1715-1716. im Großen Nordischen Krieg. Die Erstürmung begann am 21. August 1715 und endete am folgenden Tag mit der Einnahme der Schanze durch preußische und sächsische Truppen. Die Beteiligten, der schwedische König Karl XII., verließ Anfang August nach dem Fall der Schanze an der Swinemündung die Insel Usedom und ließ den Oberstleutnant Kuse mit knapp 200 Mann zur Verteidigung der Penemünder Schanze zurück. Unter dem Oberkommando von General von Arnim stürmten am Abend des 21. August 1715 1000 preußische, sächsische und dänische Infanteristen die Schanze. Die sächsischen Regimenter wurden von Generalmajor Friedrich Ludwig Prinz von Württemberg geführt. Er war ein Sohn des Herzogs Eberhard Karl Friedrich von Württemberg. Im Vorfeld der Erstürmung, der König von Preußen befahl dem General von Arnim von Wollen aus die Insel Usedom zu erobern. Die Stadt und das Schloss Wolgast wurden Ende Juli besetzt. Die schwedischen Truppen lieferten sich mit den verbündeten Truppen entlang des Penestroms einen harten Verteidigungskampf. Ort für Ort musste von den Preußen erobert werden. Als die Insel verloren war, setzte der schwedische König Karl XII. mit dem Kro seiner Armee nach Rügen über und beließ nur ein kleines Kontingent, 450 Mann unter dem Oberbefehl von Oberstleutnant Kuse, zur Verteidigung der Penemünder Schanze zurück. Auf die Anfrage des Oberstleutnant, ob er die Schanzen im Falle einer Niederlage auch übergeben dürfe, schrieb der König zurück. Dass die Schanzen bis zum Tode zu verteidigen seien, Anfang August erreichten die Verbündeten die Penemünder Schanzen. 17 Tage lang beschoss die preußische Artillerie die Schanzen. Am 18. August eroberte die Infanterie die Laufgräben der Penemünder Schanze und näherte sich so der Schanze bis auf 400 Schritt. Die Erstürmung Am Abend des 21. August 1715 befahl der General von Armin den Sturm der Schanzen. 1000 preußische, sächsische und dänische Infanteristen stürmten die Schanzen. Die beiden sächsischen Regimenter Seckendorf und Friesen übernahmen die Führung des Sturmangriffes. Die Überwindung der 400 Schritt vom Graben bis zur Schanze forderte die meisten Toten unter den Angreifern. Die schwedische Besatzung hielt dem Sturmangriff drei Stunden stand. Die Kanonen und Mörser der Preußen hatten an zwei Stellen die Mauer der Schanze zerstört. An diesen Stellen stürmten die Sachsen in die Festung. Nach einem einstündigen Nachkampfgefecht des Kommandanten und seinen verbliebenen Soldaten mit den sächsischen Infanteristen, baten die schwedischen Soldaten den Kommandanten die Festung zu übergeben. In Anbetracht der Verluste und Ausweglosigkeit der Lage übergab der Oberstleutnant entgegen dem Befehl des Königs die Schanze. Bei der Gefangennahme des Kommandanten fand man in seiner Tasche die Order des Königs. Dieses wurde sogleich dem König von Preußen überbracht. Militärische Einheiten Königreich Preußen Der Verlust der Insel Usedom waren nur noch die beiden Festungen Stralsund und Wiesmar auf dem Festland in schwedischer Hand. Die Insel Usedom ging nach der Einnahme durch die Verbündeten unterdänische Verwaltung. Der Verlust der Insel Usedom